Das ist die letzte Show der Welt, herzlich willkommen. Sie sind super, nichts Geringerem als dem beherzten Ansturm gegen massentaugliche TV-Kommerzware. In den nächsten Sendungen treffen wir starke Medienmenschen, allesamt Frauen mit großem Sendungsbewusstsein. Und den Anfang macht diese faszinierende junge Dame. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Kim Lian ist jung und umtriebig. Die Wiener Kommunikationsstudentin ist Radiomoderatorin und Bloggerin, gibt auf YouTube Schminktipps und plaudert da auch gerne aus dem E-Kästchen zu Themen wie zum Beispiel Menschen, Männer und Mode. Dem nicht genug zeigt sie uns auch noch, was sie alles verdrücken kann und nicht zu vergessen, sie mag Katzen. Und für diesen Sensationstalk habe ich alles, was man braucht. Von Sensationsgier triefende, bekannte Fragen, einen Talkshow-Tisch, zwei Sesseln, nette Getränke anzubieten und natürlich Musik. Meine Damen und Herren, hier ist die Artist, former known as DJ Schmolli. Das ist die letzte Show der Welt. Willkommen Sie sehen zu, die letzte Show der Welt. Willkommen Sie nur um die letzte Show. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Außerdem ist sie Radiomoderatorin und nicht zu vergessen, eine der erfolgreichsten, bekanntesten österreichischen YouTuberinnen. Hier ist das Gesicht des modernen medialen Eigenmeinung-Marketings. Hier ist Kim Lian. Applaus. Grüß dich, liebe Kim. Hallo. Bitte Platz nehmen. Sehr schön. Ehrlich, hör oder Frukade? Ich glaube, eine Frukade oder das Wasser, das ich da unten zwischen uns geparkt habe. Du kriegst auch das Wasser, das du da unten geparkt hast. Magst du? Ich kann mir einen Mix gönnen. Einen Mix? Du bist eine Wilde. Eine Frukade-Wasser-Radler-Mix. Ich kann dir... Ich kann dir gefühl, obwohl ich hier gefühlte 500 Grad hatte im Studio. Wo sind wir hier denn eigentlich? Bei Corona-Hit. Corona-Hit. Um Gottes Willen, ich habe es wirklich im Kopf. Unfassbar. Ja. Reine Gehirnwäsche, diese Format-Radios. Corona-Hit ist ja das einzige österreichweit sendende Privatradio, oder? Ja, genau. So ist es. Und du bist hier nicht die Morgen-Moderatorin, das weiß ich. Noch nicht, nein. Welche Schiene fährst du? Ich fahre meistens am Wochenende oft von sechs an gleich die Morning-Show, coolerweise am Sonntag. Oder sonst oft von 18 bis 22 oder 22 Uhr bis zwei. Du machst ja unfassbar viele Sachen, intermedial möchte ich mal fast sagen. Ja, einerseits so das alte Medium Radio, aber daneben bist du ja auch in den ganzen neuen Dingern daheim, nämlich YouTube, du hast einen sehr bekannten YouTube-Kanal, auf dem du alles Mögliche machst. Wir haben sie im Vorfeld schon gesehen. Wie kam es dazu überhaupt? Drehen wir eines Tages den Laptop auf? Du bist ja auch so ein Digital Native, du bist wahrscheinlich damit auch schon aufgewachsen und denkst, das mache ich jetzt selber. Ja, ich war eigentlich ganz lange selber Zuschauerin und dann eines Tages dachte ich mir so, hey, heute hast du was ganz Cooles an, drehst mal einfach die Kamera auf und schaust, ob Feedback kommt. Und wenn auch nur ein positiver Kommentar ist, dann mache ich es weiter und schaue, was daraus wird. Und jetzt bin ich hier noch. Dein Hauptthema ist ja wirklich Aussehen und auch, weil du ja als Model unterwegs bist. Ich habe mir da die Videos angeschaut und du machst ja unten auch so Listen, was nicht alles in dem Video alles vorkommt. Bis zu wie viele Beauty-Produkte und Pflegeprodukte kann man an einem Tag verwenden? Das kommt darauf an, ob ich vorhabe rauszugehen unter Leute oder ob ich den ganzen Tag zu Hause im Pyjama herumgammle. Aber wenn ich rausgehe und sagen wir im schlimmsten Fall, wenn ich ganz lang vorm Schminktisch sitze, dann können das schon so 10 bis 20 Produkte sein. Nein, 20 ist sehr übertrieben. 10 Produkte, sage ich mal. Nicht schlecht. Plus dann noch die unterschiedlichen Labels, sagt man so, Labels, also Quant und so. Genau, ja. Das braucht ja dann schon mehr Zeit beim YouTube machen, das nachher alles aufzuschreiben, oder? Ja, so ist es. Wann hast du gemerkt, dass es wirklich abgeht mit YouTube? Wo du gedacht hast, okay, wow, also du hast jetzt über 90, also das ist ja die Währung im Internet, Views und Abonnenten, über 90.000 bist du, da bist du ganz vorne mit dabei in Österreich. Gab es da so einen Knackpunkt, wo du dachtest, okay, puh, das ist was, da mache ich jetzt weiter? Der Knackpunkt war eigentlich einfach der erste Kommentar direkt am nächsten Tag, als ich das Video hochgeladen hatte und der erste Abonnent und da dachte ich mir, ja, ich habe nichts zu verlieren. Ich schaue jetzt, ob morgen wieder einer da ist und ob sich das vervielfacht und ob es einfach gut ankommt und ja, so hat es dann praktisch sich verselbstständigt und es ist einfach mein Hobby geworden. YouTube ist jetzt 10 Jahre alt geworden, das heißt auch alle YouTuber, vor allem in Österreich, werden ein bisschen an die Oberfläche gespült von anderen Medien, von den, nennen sie mal die Alten, die Analogen. Und kriegen dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, wie du sagst, das ist ja so, dass, die Kommentare sind ja wichtig, diese Direktheit mit dem Publikum, gibt es auch schlechte Kommentare, wie gehst du damit um? Das ist ja ein Riesenthema dann auch, dieser Shitstorm und die, wie nennen wir sie, Trolle, Troll, Trolls, Trolle, Trolle. Das kommt bei mir eigentlich zum Glück nicht vor, klopf auf Holz oder wo auch immer. Ja, bisher hat sich das eigentlich in Grenzen gehalten. Also meine Zuschauer sind zum Glück sehr lieb, danke, viermal. Du deckst mit deinem Kanal eh schon das ab, was auf YouTube am besten funktioniert, nämlich Schminktipps, Walkarounds, nein, wie heißt die? Follow me around. Follow me around, danke schön. Tipps und so weiter, nur Videospiele machst du noch keine, oder? Nein, das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich nicht vorhabe derzeit, sonst steht irgendwie alles offen. Was mir aufgefallen ist in Sachen Beauty, es gibt viele Frauen und Mädchen, die das machen, die auch sehr berühmt geworden sind, aber kaum Männer, also wenn ich mich jetzt irgendwie bilden will und sage, okay, passt mein Outfit heute zusammen, zu wem gehe ich denn dann? Nein, es gibt schon so ein paar, also zum Beispiel ganz berühmt Herr Tutorial, Samy Slimani. Merken. Ich weiß, dass irgendjemand immer was sagt. Ja, ich glaube schon, der ist schon ganz lange dabei und macht eigentlich auch solche Tipps und wir haben ja heute auch schon von der Crew gelernt, dass es Bart Tutorials gibt, also... Um Himmels Willen, die Crew ist heute komplett mit Bart, schaut euch da auf unserer Facebook-Seite das Crewfoto heute an, unbedingt sehenswert. Gut, gleich jetzt weiter, wir machen ein bisschen Werbung und dann lasse ich mal mein Outfit bewerben von dieser jungen, kompetenten Dame, mal schauen, was sie zu meinem Haar und zu meiner heutigen Make-up sagt, wir werden es erfahren. Außerdem müssen wir auch ganz kurz über Sex reden, dazu gleich mehr. Meine Kollegin hält sich für die totale Mode-Expertin. Sag mal, hast du nur einen Pulli oder ist der einfach nur eingelaufen? Süßer Rock? Gab's den auch in deiner Größe? Pff, manchmal wird mir das einfach zu Hardcore. Und dann kriegt sie mal eine Auszeit von mir. Mit Knickknack, dem Knackknicker. Lässig, schwarzer Lack, außen und dazwischen kalter, harter Stahl. Das wird ihr schmecken. Von wegen, ich hab keinen Geschmack. Knickknack, der Knackknicker von Leibritz. Das ist die letzte Show der Welt. Herzlich willkommen hier nach unserem hübschen kleinen Werbeausflug. Ich bin hier bei Kim Lian im Studio von Krone Hit. Fast wollte ich es schon wieder singen. Das ist unfassbar. Krone Hit. Ah, unfassbar. Kim, wir müssen noch wichtige Dinge besprechen. Und zwar, weil ich dich ja schon da habe und du eine Mode-Expertin bist. Möchtest du mal kurz mein Outfit heute? Ich sitze ja wirklich tagelang bevor ich einen Dreh und probiere. Das ist halt auch dieser Ausraster wegen der Frisur, die nicht richtig sitzt. Das ist schwierig, aber ich kann dir gerne mal das Mikrofon geben. Ich bin jetzt das Model und du kommentierst mal so live, was ich heute anhabe. Ich finde es sehr schick, sehr cool. Es hat so ein bisschen was von Jack Sparrow, allerdings Office Edition. Also nicht ganz so. Und ich mag deine Schuhe auch ganz gern, weil die ähnlich sind wie meine. Schau. Finde ich gut, irgendwie. Ah ja. Ah, cooler Scheiß. Frisur? Frisur, ähm, joa. Ähm, sechs von zehn. Das hast du viel zu lange gebracht, viel zu lange. Okay, mein Make-up heute? Nicht vorhanden. Sehr gut, das war ein Test. Stimmt, ich bin nicht geschminkt, das hast du gut erkannt. Dankeschön. Also ich glaube, damit können wir leben. Jungs, schaut drauf, dass ich immer so aussehe in den künftigen Sendungen. Mir ist ja aufgefallen, ich lese ja die wichtigen einschlägigen Magazine, wie es wichtig ist in meinem Gewerbe. Für die Miss zum Beispiel, Österreichs ehrliche, 25, 26, 30 Zentimeter, da stand was von einem neuen YouTube-Kanal von einer Kollegin von dir, die, ich hab's noch nicht gemerkt, Sandra Raunig, macht jetzt auch einen YouTube-Kanal. Müsst ihr das hier bei Gruner Hit machen, oder ist das das? Äh, nö, nö, eigentlich nicht. Also ich hab auch nichts davon mitgekriegt, ursprünglich. Es kam einfach, eines Tages war der Kanal da und, ja. Das erinnert irgendwie an Gerti Sänger. Kennst du Gerti Sänger noch? Nö, sagt mir jetzt gar nichts. Jetzt bin ich alt, jetzt bin ich alt. Gerti Sänger, die Sex-Aufklärerin, ach, Gott, Kinder, hinterlassen uns einen Kommentar, wer Gerti Sänger noch kennt. Ich hab sogar ein Lied über die mal geschrieben. Ist das so wie Dr. Sommer, oder was? Ja, nur die österreichische Fernsehversion im Krone-Bund und auch mal im ORF. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich hab die Krone schon lang nicht mehr gelesen. Naja, so wurscht, vielleicht singe ich auch mal ein Lied über dich. Ja! In meiner zweiten Punk-Rock-Karriere. Liebe Kim Lian, eine Frage noch zu den Werten im Internet. Es gibt, wie man schon gesagt hat, 90.000 Abonnenten, das ist irrsinnig viel, aber auf der anderen Seite nur, kann man auch nicht sagen, aber 6.000 Fans auf Facebook. Warum ist das so eine große Schere, weißt du das? Ich weiß nicht, also ich glaube irgendwie, dass alle umgesiedelt sind auf Instagram mittlerweile, weil auf Instagram habe ich zum Beispiel über 22.000 und ja, irgendwie sind alle eher dort. Sind wir auf Instagram? Noch nicht. Scheiße. Mensch, wir hinken hier hinterher. Gut, dass ich Gerd die Sänger noch kenne, kann vielleicht einiges erklären. Die doofen Digital Immigrants können ja gar nichts mehr erscheint. Ach, wohin soll das alles noch führen? Also ich denke mal, ich hab mein erstes YouTube-Video vor sieben Jahren online gestellt. Du dannst vor drei Jahren, glaube ich so? Ja. Wo werden wir in zehn Jahren unser Gesicht reinhalten? Hm, gute Frage. Ich glaube, dass Online-TV auf jeden Fall größer wird noch. Also ich glaube, es wird da bleiben und noch größer werden eigentlich. Was wirst du noch machen? Also du bist jetzt von deiner Professionalität, glaube ich, auf einen ziemlichen Zenit, also technisch, inhaltlich, also wenn ich deine Videos so bewerten darf. Ist da überhaupt noch was nach oben offen oder kannst du dir vorstellen, dann in ein, zwei Jahren ganz was anderes zu machen? Videospiele? Nee, eigentlich möchte ich gern weiter in die Richtung, also gerade mit Corona-Hit-Moderation, dann die Videos, wo ich ja auch die ganze Zeit eigentlich am Labern bin. Und TV habe ich auch so ein bisschen schon Luft schnuppern können für so einen Werbespot, für Kneipp. Und ja, ich möchte auch gern da vielleicht so einen Fuß reinsetzen irgendwann. Habe ich gesehen, Kim Lian beim Duschen. Ja, genau. Sehr klassisch, aber ein schönes Follow-me-Dings. Ja, Follow-me-around. Ja, genau, richtig. Will man dann überhaupt noch ins Fernsehen? Da stelle ich mir auch so die Frage. Also mein Kind jetzt traut mich auch mit Radio angefangen als Praktikant, so wie du und so weiter. Und da war schon irgendwo irgendwann vielleicht mal Fernsehen und dann übernehme ich Wetten, dass. Und irgendwie ist es das nicht mehr. Das habe ich die letzten fünf, zehn Jahre gelernt. Irgendwie, nein, nimm selber eine Kamera und such dir deinen eigenen Kanal. War das von dir auch Anfang an klar oder ist das schon etwas, wo du denkst, das ist die klassische Moderation, die große Fernsehgala à la Weichselbraun. Irgendwann braucht es ja auch noch eine andere als die Miriam, die ich moderiere inzwischen, glaube ich. Alles. Wäre das was für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Also ich wüsste zwar noch nicht konkret in welchem Format, aber generell Fernsehen finde ich schon sehr spannend eigentlich. Ist auch immer ganz cool, finde ich, wenn man so einen Job hat, auch im Real Life nenne ich es immer, nicht nur online, weil ich halt doch noch aufgewachsen bin eigentlich mit TV und nicht mit dem ganzen Internet-Zeugs. Und deshalb bin ich so oldschool und will eigentlich auch immer gern was im realen Leben haben. Deine Lieblings-Kinderserie heißt noch? Ja, ich habe die Simpsons wahnsinnig geliebt eigentlich und davor, ganz früher, war die Gummibären-Bande total der Hammer. Okay. Das sind die Gummibären. Kennst du es? Nein, ich bin mehr so, heraus sie sucht das Glück. Oma, bitte kommen. Nee. Ach du Scheiße. Das war die letzte Show der Welt diesmal. Und zum Schluss noch erst zum Lachen, ein kurzer gespielter Witz. Ich habe lange recherchiert und ihn fast selber geschrieben, so gut wie er ist. Das ist ein gespielter Witz. Du bist die Erzählerin, erzählst den Witz und ich bin Gott diesmal. Und wir tragen den einfach jetzt mal spontan vor, wir haben es nicht geprobt, okay? Nein, ich habe den noch nie in meinem Leben gelesen. Okay, bitteschön. Gut. Gut, der gespielte Witz. Gott schuf den Mann und sah, dass es gut war. Danach begann er die Frau zu erschaffen, doch er war nicht recht zufrieden. Nach einiger Zeit gab er verzweifelt auf und murmelte. Naja, ihr müsst euch heute schminken. Jetzt weiß ich, warum das Witz am Ende der Sendung kommt, weil sonst hätte ich dich schon rausgeschmissen. Ich hatte Angst. Ist das sexistisch? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher heutzutage. Das kommt, glaube ich, auf den Humor der jeweiligen Person an. Du findest das lustig? Ich bin nicht so schlimm. Ist lustig, oder? Ich bin ja heute auch nicht geschminkt. Obwohl du bestimmt ungeschminkt auch nochmal so sensationell ausschauen wirst bestimmt. Jetzt musst du dich wieder einschleimen. Irgendwie muss ich die Kurve kriegen hier am Schluss. So, das war die letzte Show der Welt. Auch die nächsten drei Sendungen. Großartige Frauen, bei denen wir zu Gast sein werden. Seien Sie gespannt. Kim Lian, dir herzlichen Dank. Viel Erfolg auch weiterhin. Dankeschön. Ich hoffe, das ist schön bei uns. Also wir bei dir. Ja, auf jeden Fall. Und zum Abschluss noch ein paar Takte Musik mit der Artist Forman, known as DJ Schmolli. Ja! Ah! Ah!